Die Lösenplatten brauchten die Begrenzung hier. Aber wie grün ist das denn? Im Kindergarten? Nein. Dazwischen ist das Grund. Das ist in die Richtung gehen. Dafür ist nur noch Marzahn. Der Berg gehört auch noch zu Marzahn vom Gärtchenbruch. Da schließen sich die Gärten der Welt an und die Artenschau, die man auch nennen möchte.